Ich bin hier bei euch, Brüder. Ich habe keine Gesundheit. Ich bin hier bei euch, Brüder, 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 Brüder. Ich glaube, er hat uns, sie haben uns verloren. Wir müssen den Handhaltrad sinken, dazu bestechen wir mal den Herold her. Ich bin wech! Ich bin wech! Da ist er! Auf ihn! Damit will ich nichts zu tun haben! Lass mich jetzt fliegen! Bist mir da! Ihm nach! Nein! Warum lebst du davon? Nur ein kurzer Schmerz, ich seh es vorbei! Halt die Schnauze! Da! Mach dem den Gar aus! Bist mir gut, die erste Runde? Geht auf mich! Da lang geht's nicht, Chef! Psst! Wollte immer noch den Herold bestichen! Da! Gut, hier lang! Ich bin doch kein Affe! Doch, bist du! Siehst du auch so einer, oder? Komm mit! Ich habe dringende Termine! Vergess die Märchen über Ehre und rum! So! Bekannte halt jetzt gerade! 50%! Also ich habe jetzt keinen neuer Status! Ah nein! Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Medizin hier! Dazu gehe ich mal ganz schnell zum Arzt! Und zwar ist hier einer! Ach, schütze ich nochmal! Entschuldigung! Ja! Bitte was? Oh! Ups! Ops! Rundher! Rundher! Trepp! Ich sehe ihn, Es ist alles frisch! Es ist alles gut! Verdure Fresca di Giornata! Pflege für alle! Ich versichere! Apotheken mit Affen, Medizin! Ja! Boah! Endlich! Das war knapp! Wo haben wir es jetzt? Okay! Dann machen wir mal eine Mission hier! Kurierauftrag haben wir hier noch! Erinnerungsanfang! Machen wir in die Hauptmission mal weiter hier! Auf der Lasse des Rates von Florenz sind ab zuvor auch im Schaden die Vingabe! Runter! Ora! Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht runterkriegst! Ich schnauze jetzt! Oh das Ehre! Einmal hier runter, genau! Dann gehen wir hier runter und da... Vorne ist er nämlich schon! Wenn sie seine Rache spüren! Er wird sich jemandem entfalten! Ätio! Das wurde aber auch Zeit! Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden! Gute Nachrichten! Sagt mir wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern! Das ist das Problem! Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde! Doch er konnte fliehen! Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet! Wabene! Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann! Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten! Komm raus zum Spielen! Bernardo, Baroncelli finden und eliminieren! Hallo! Wo ist denn der jetzt? Karte? Ah, da oben! Alles klar! Nee, alles im Rönner! Ach, zu der muss! Was ist das? Wo soll ich schlafen? Wo soll ich schlafen? Er ist da! Nicht hin! Und jetzt ist es schnell wie weg, würde ich mal sagen, hier. Weg da, weg da. Wie lange kannst du weiterlaufen? Oh! Hi! Entschuldigung! Entschuldigung! Scheiße! Wollte ich gar nicht. Mann! Ich verspreche dir einen schnellen Tode! Merkst du dich! Mach dir den Gau aus! Und eine im Sub abgeschlossene Wette oder so! Versteckst du dich hier? Hier, hier, hier! So! Karte! Wo geht's denn hier weiter? Hier! So was, ne? Was zum Erinnerungsanfang gehört. Das ist krass. Wie groß die Welt eigentlich ist in Assassin's Creed 2. Aber ich glaube, es gibt größeres wie in Assassin's Creed 2, klar. Aber ich finde Nenau schon das Spiel richtig geil. Es macht richtig lauter Fun. Das ist tot, mein Freund. Was ist das hier oben oder was? Egal, ich geh jetzt einfach da hoch. Hab ja eh nix zu verlieren. Aber ich glaube aber nicht, dass er das hier oben ist. Vielleicht ist das ja ein Ausziehspunkt, wer weiß. Aber ich denke mal schon, dass es ein Ausziehspunkt ist. Ne, ist es nicht. Oder was? Aber egal, da kann ich runter springen. Der wahrscheinlich kein Herold war. Ja. Ja komm, dann bestehe ich die nur den komischen Herold hier. Bin wieder schön anonym. So. Hallo. 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 dank für den hinweis stadt schreier attentat auf antonio maffay auf der spitze eines turms in san jimmin jano richtig ausgesprochen hier hochklettern wie gesagt er hat ein paar bogenschützen platziert sagt er so wie da ist einer ja ja Oh, lol. Egal, hier hab ich nur Truhe. Ah, nein. Ich will da hoch. Hab ich hier noch ein Wurfmesser? Ja, hab ich. Also, das heißt, es müsste ja hier oben sein, ne? Oh. All die Schnauze. So, jetzt zieh hoch. Dann da hoch. Er ist ein Held. Seine Wache sind vollkommen. Der müsste ja ganz oben sein, ne? Das ist Recht. Ja, hat der ja gesagt. Der ist ja ganz oben. Und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wieder ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist es nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Ja. Boah, die epische Musik immer wieder, Alter. Ja, Schuh! Da, da. Haltet ihn auf! Sofort! Hinfort, Dämon! Zeigt dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund! Dir zeige ich Respekt! Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requesca't in Pace. Tausend Florin synchronisiert. Jetzt suche ich nach einem guten Schwung, wo ich da nicht runter springen kann, aber egal. Da gehe ich halt hier hoch, äh runter. Warte mal, lass mal noch, zum Abschluss dieser Aufnahmesession noch ein paar Aussichtpunkte holen. Und dann machen wir auch nächstes Mal weiter mit der Hauptkondition, würde ich sagen. Ich muss eigentlich mal hier runterkommen, das ist ja ein ganz anderes Problem, was ich jetzt hab. Wenn er aussieht, müsste er hier sein. Dann haben wir nämlich das auch schon mal ein bisschen weiter erledigt. Da haben wir doch dieses Mal einiges geschafft heute in der Folge. Und, ähm, bevor wir dann nächstes Mal wieder nur, sag ich mal, Hauptkondition machen, das war ja in letzter Zeit echt ein bisschen eintönig. Und deswegen, ähm, werde ich das dann mal ein bisschen ändern und ich werde auch eine Endcard machen, wahrscheinlich. Mal schauen, je nachdem, wie ich das hinbekommen würde. Und dann habe ich noch eine Frage zu Assassin's Creed 2, äh, 1. Ähm, ich kann jetzt auch wieder mit der Kontrolle aufnehmen, das ist jetzt kein Ding. Sollte ich den Assassin's Creed 1, let's playen. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verwaltungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? 64 Quadrate Datei freigegeben. Das war's. Ah-ha. Ah-ha, okay. Ah-ha. 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 Ah-ha.